Hallöchen und Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit mir, Thomas und Playgirl. Ja, in der letzten Folge waren wir ja hier stehen geblieben. Ich glaube, es wird mal wieder eine ruhigere Phase des Spiels, würde ich mir auch wünschen, ohne Klicker, ohne... Ja, einfach nur ohne Klicker. Ich kann alles sehen hier in diesem Spiel, bis auf diese blöden Klicker. Die kotzen mich sowas von an. Aber ja gut, wir waren hier stehen gebl... Oh, das ist ein Klicker. Boah, ey. Der kann nicht hochklettern, oder? Hoffentlich nicht. Bam, Junge. Na, komm her. Kannst sowieso nicht hochklettern. Oder? Der kann nicht. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Kletter doch hoch, Mann. Da ist ein Klicker, verdammt. Alter, willst du mich... Du willst ja nicht runterklettern? Nein. Pfui. Was du machen willst, ist diesen blöden Mongo zu erschießen, Mann. Ja, der ist sowieso zu blöd, um uns zu entdecken, Mann. Wir sind hier oben. Eigentlich habe ich so eine große Schnauze, weil er nicht hochklettern kann. So, das war's. Verdammt. Ja, die Klicker können ganz schön nerven. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind, überlass mir das reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er... Er ist nicht gerade nett. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit. Mit dir warm zu werden. Okay? Hier ist niemand, oder? War wieder so eine Falle. Okay, ich krieche mal hin. Berühr dich nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Ja, perfekt. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, was die Dinger können. Also der Klicker wurde sowas von weggesprengt. Scheiß. Hörst du das? Ja. Hä? Wo? Wo? Upsi! Boah, Alter. Ich hab mich erschreckt. Du den Draht, berühr dich nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. So, ja. Na, ich hab da was liegen gesehen. Was ich gerne aufheben würde. Hörst du das? Ja. Oh, oh. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Hä? Was war denn das? Kann er sich teleportieren? Hä? Loll. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Schauen, was uns hier erwartet. Hä? Aber wir können wieder einige Dinge hier aufheben. Die wir gebrauchen könnten. Für Medikids. Molotows. Yo. Wow. Ah, das hab ich gar nicht gesehen. Boah, mein Junge. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Ja, ich hab mich auch erschreckt. Das war wahrscheinlich der, der hier in der Tür geklopft hat. Aus welchen Gründen auch immer. Drück, äh, Select zum Modifizieren deiner Nahkampfwaffe. Ja, eigentlich muss ich die jetzt nicht modifizieren. Was ich gebrauchen könnte, wäre lieber ein Messer. Messer sind mir eindeutig wichtiger. Okay, uns fehlt Alkohol für Medikids. Oh, ein bisschen geheilt. Ich hab den echt nicht gesehen. Rachel. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte den hier machen. Heb auf. So. Rachel, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter und sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald. Ezra. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde jedenfalls schön. Also zur Handlung gehört hier nichts, was hier oben ist. Also können wir wieder rausgehen. Okay. Die Taschenlampe können wir wieder ausmachen. Hier geht es schon mal nicht lang. Und die Frage ist, wo geht es dann lang? Okay. Da geht es nicht lang. Hier blinkt... Achso, okay. Ich dachte schon... Hier kann man gar nicht lange sein. Kann man die irgendwie wegschießen? Zurück. Tatsächlich. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Okay. Ich habe es verstanden, wie man die wegschießt. Oh, Munition. Geil. Siehst du? Zurück. So. Und wieder Backsteine. Ist hier sonst noch irgendwer? Also manchmal kann das schon ganz schön gemein sein, wenn auf einmal Zombies aus der Ecke auftauchen, mich anspringen. Ja gut, man hätte es denken können, weil irgendwer an die Tür geklopft hat. Aber trotzdem. Mir geht es ums Prinzip. Ist hier irgendwas drinne? Munition. Sehr nice. Munition können wir wirklich immer gebrauchen. Also immer her damit. Ist hier sonst noch irgendwas? Ne, scheint nicht so. Deswegen können wir jetzt in der Tür lang gehen. und schon wirken. Oh, Scheiße. Wow. Ich habe nicht. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Vielleicht können wir uns abschießen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Ja, ich glaube, Bill hat wirklich einige Fähigkeiten für sowas. Ich glaube, er ist ein guter Jäger. So komme ich runter. Bin dabei. Joel? Oh, oh. Scheiße, sie kommen. Headshot. Junge, es sind viel zu viele, Mann. Ah, fuck. Da habe ich daneben geschossen. Ich kann wirklich nicht aimen. Geh doch weg, du hässliche Karotte, Mann. Kann sich hinlegen. Ah, Mann, ey. Ey, ich muss wirklich öfter solche Spiele spielen, wo man schießen kann. Hat Vorteile. Alter, wo kommen die denn alle her? Oh, schon wieder? Mann. Deswegen haben wir die ganze Munition also gebraucht. Ist das ein Klicker? Fuck, das ist ein fucking Klicker, Mann. Mann. Will noch wer? Oh, beeil dich doch. Meine Güte. Fuck, ey. Noch mehr schießen. Ach, die sind an den Zäunen. Okay. Beeil dich bitte. Die können klettern. Könnt ihr bitte stehenbleiben, ihr Motherfucker. Oh, lad doch schneller nach, Ellie. Ist in Gefahr, du Mongo. Oh, Mann, ey. Ich beleidige mich selber als Mongo. Oh, Mann. Sie kommen näher. Hey, komm her. Ja, fuck. So... Ey, wie viel Munition haben wir eigentlich? Das ist nicht los, du Arsch. Hallo, Rapp. Das ist ein Klicker. Anscheinend haben wir ja unendlich viel Muni... Aua. Wow. Pass auf, Digga. Ah, geh doch weg. Ich mag dich nicht. Ah, du bist hässlich und stinkst und blutest. Danke. Ja, mach ich doch. Hätt's auch ein bisschen früher kommen können. Okay, ich sollte laufen. Mach doch die Tür auf, Mann. Mist. Ah, okay. Hier liegt so viel. Ach du, nein. Ein Klicker, ein Klicker, ein Klicker, ein Klicker, ein Klicker, 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 Klicker. Klicker, Klicker, klick, klack, 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 klack. Ah, fuck aber auch. Ja, ich... Bitte, Bill. Wenn du Bill bist, schätze ich mal schon. Mann, ey. Ich fühle mich auch gerne verarzt, Mann. Komm her, schau weiter, hier, das soll geklappt. Annie, behalte dich. Geh doch drauf, Joel. Danke. Sie ist außen, sei los. Mann. Das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Annie. Hey. Was soll das? Joel, was soll denn das? Reh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Reh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Mach mal lang. Wurdest du gewirrst? Irgendein Ausschau. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Ach, Annie, hör auf, hör auf. War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Das geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, mach das kurz. Ich brauch ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja, klar, Joel. Kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du hast mir Handschellen. Du, jetzt mal den Mund. Okay. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das fährt. Aber danach entschuldige ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermild. Bleib schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Danke. Ich werde aber erstmal Medikit nehmen. Na, klar doch. Ah, ne Karze, ja, nehmt einfach mit. Wofür auch immer. Er hat gesagt, wir können alles mitnehmen, also werden wir das auch tun. Ist hier sonst noch irgendwo was denn da hinten? Trainingsbücher. Messer verbessert. Messer hält ein Treffer länger. Yo. Das ist geil. Auch gegen Klicker? Warte, da unten liegt ne Stange. Ah, tauschen will ich jetzt nicht. Ah. Gut, dass wir hier nochmal reingegangen sind. Zahnräder ist auch not bad. Wir gucken mal, was wir wieder bauen können. Ne, das wollte ich nicht lesen. Ich will was anderes tun. Ja, genau. Messer. Ah, Lumpen. Wobei, wir können bei... Ah, Lumpen oder Medikit. Medikit haben wir nicht. Äh, Lumpen sag ich schon. Ne, Molotow. Ne, Molotow können wir gerade eigentlich nicht gebrauchen. Wo ist der Junge hin? Achso, da hinten. Okay. Wir sind hier in einer schönen Bar, wie es aussieht. Jo. Jetzt geht's zur Mission. Los, lass uns ein Auto bauen. Okay, bist du bereit, Bill? Hast du jetzt alles fertig? Wir können auch mal den Bogen benutzen. Irgendwann. Okay, Ellie. Los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Also, in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Naja, ich hoffe, du weißt, was du... Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein zweiter Steck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen dein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm. Ich gucke noch gerne in den Räumen nach. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle... Baseballschläger. Ah, ja. Tausch ich aus. Meine alte Waffe hatte sowieso nicht mehr besonders viel Leben. So, jetzt bauen wir ein Auto. Ist hier noch irgendwo was? Nö. Da drin ist was. Oh, darum wollen wir uns nicht mehr kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Beschäftigt. Ah, ja. Ich höre dich. Danke. Danke. Jetzt Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Ich habe eine Kugel gespart. Yo. What's going on here? Ah, irgendwo. Ah, hier unten. Perfekt. Und, äh, warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß, warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobahn. Was? Woher? Oh, woher kommen die denn schon wieder her? Wow. Ah, wow. Bam, Junge. Bam. 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 Klicker, klicker, klicker. Ach, verdammte Mongo-Kacke. Ja. Es tut mir leid, Mama. Ich weiß jetzt wenigstens, dass irgendwer hier hinkommt. Der wird gleich explodieren. Bam, Junge. Bam. Der helft mir doch. Bam. Bam. Wieso gehst du auf mich und nicht auf Bill? Meine Güte. Es ist wieder eine schwere Geburt hier. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es verrollen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Ost zauern schreiten. Mal wieder. Bill. Joel. Hier lang. Ja, ich suche doch nur kurz was. Flaschen. Ja, okay. Ich nehme einfach nochmal mit. Man weiß ja nie, wofür man die Dinger gebrauchen kann. Ja. Ja, kommt. Äh, Ellie. Du hast dir ein krasses Versteck ausgemacht. Warte, nein. Nein, da liegt doch noch was, was sie aufheben. Oh. Wieder Dinge, die wir für den Molotow oder für den Medikit gebrauchen können. Wasser. Okay, ich gehe vor. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu. Sie haben keinen Schlüssel. Der Typ ist lustig. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Oh, okay. Kann man das hier aufmachen? Jo. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauch ne Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komm schon damit zurecht. Nein. Du, du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du hier hattest. Joel. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg. Lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du. Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so einen Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Räum dir doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Das erinnert mich so an Mitten im Leben. Wenn du sie weiter an der Bagger hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Yo, Digga. Ja, dann würde ich auch sagen, das war's mit der heutigen Folge von The Last of Us. Wir sehen uns. Uh, Schrotflinte. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. 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 ан